Alle Menschen wollen glücklich sein. Alle Menschen wollen Schmerz vermeiden und Glück gewinnen. Es gibt Menschen, die die Ansicht vertreten, dass Glück ein schlechtes Ziel ist, dass Sinn, Bedeutung, Tugend, Ehre, höhere Werte, bessere Ziele als Glück sind. Aber warum glauben sie das? Weil sie in diesen Werten ihr Glück vermuten. Wenn du wüsstest, dass dich die Werte, die du anstrebst, die du dir als besseres Ziel, als Glück definiert hast, wenn du wüsstest, dass der Prozess, diese Werte zu verfolgen, dass dieser Prozess dich unglücklich macht, würdest du diesen Weg nicht gehen. Am Ende will der Mensch immer glücklich sein. Das glücklich und zufrieden sein, das ist immer das Endziel, auch wenn wir den Glauben haben oder die Vorstellung vertreten, dass Glück für sich genommen ein unzweckmäßiges Ziel ist und dass wir uns lieber Ziele wie Sinn und Bedeutung stecken sollten. Ziele wie die Familie, das Unternehmen, die Tugend, die Ehre, was immer es ist. Aber immer setzen wir uns diese anscheinend oder angeblich höheren Ziele nur deswegen, weil wir glauben, dass der Prozess, diese Werte, diese Ziele zu verfolgen, uns glücklich macht. Wir müssen also vielleicht sinnvollerweise zwischen einem umgangssprachlichen, eher hedonistisch geprägten Glück unterscheiden. Ich habe manchmal den Verdacht, dass, wenn ich das Wort Glück verwende als Endziel, dass dann der eine oder andere vielleicht denkt, ich meine so ein Glücksgefühl, das sich aus irgendeiner Form des Konsums ergibt. Das ist natürlich nicht das, was ich meine. Also natürlich gibt es ein kurzzeitiges Glücksgefühl, wenn wir so wollen, wenn wir irgendeinen Konsumwunsch befriedigt haben. Also wenn wir uns irgendetwas quasi zugeführt haben von außen, sei es eine Sache oder sei es eine Erfahrung. Aber das sind immer nur kurzfristige Glücksgefühle und das ist nicht das langfristige, stille, ruhige, stabile Glück, von dem ich rede. Ich meine nicht das kurzfristige, hedonistische Konsumglück, sondern ich meine das langfristige, stille, ruhige, stabile Dauerglück, dauerhafte Zufriedenheit. Und von diesem dauerhaften, stillen Glück, von diesem stabilen Glück, da hat auch zum Beispiel Seneca gesprochen, beziehungsweise aus unserer heutigen Perspektive dann geschrieben. Und da gibt es zum Beispiel bei Seneca diesen schönen Satz. Glücklich ist also dasjenige Leben, das ganz mit seiner Natur im Einklang ist. Und aus dieser Aussage ergibt sich natürlich sofort die Frage, was ist denn die Natur des Lebens? Wenn Seneca recht hat und wir dadurch zum Glück finden, zum dauerhaften Glück, zur dauerhaften Zufriedenheit, dass wir die Natur des Lebens verstehen, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist die Natur des Lebens? Was gilt es zu verstehen? Und wenn ich die Natur von etwas verstehen möchte, wenn ich also die Eigenschaften von etwas verstehen möchte, dann muss ich mir immer meine eigenen Filter bewusst machen. Ich kann immer nur das sehen, ich kann immer nur das erkennen, was meine eigenen Filter zulassen. Ein ganz banales Beispiel, um einen Punkt zu unterstreichen, um deutlich zu machen. Solange du eine getönte Brille trägst, zum Beispiel eine, sagen wir jetzt mal, orange getönte Brille, wird der Schnee im Winter immer orange aussehen. Weil du die Welt, den Schnee, durch diesen Filter siehst. Die Filter deiner Wahrnehmung bestimmen, was du siehst. Wenn wir also untersuchen und verstehen wollen, was die Natur des Lebens ist, dann müssen wir zuallererst mal unsere eigenen Filter verstehen. Wir müssen uns die Frage stellen, wir müssen untersuchen und herausfinden, was ist die Natur unseres eigenen Geistes. Nur wenn wir unsere eigene Natur verstanden haben, können wir auch verstehen, was die Natur des Lebens ist. Weil wir vom Leben nur das sehen können, nur das wahrnehmen können, was unsere eigenen Filter zulassen. Noch ein banales, pragmatisches, anschauliches Beispiel. Der Mensch kann kein Ultraschall hören. Eine Fledermaus kann das und jagt damit ihre Beute. Das heißt also, der Ausschnitt der Realität, den der Mensch wahrnehmen kann, ist ein anderer als der Ausschnitt der Realität, den die Fledermaus wahrnehmen kann. Unterschiedliche Filter, unterschiedliche Wirklichkeit. Es gibt zwar nur eine einzige unteilbare Realität, aber die Anteile dieser einzigen Realität, die wir wahrnehmen, entsprechen immer unseren Filtern. Ein anderes banales Beispiel wäre Infrarotlicht, was wir ohne technische Hilfsmittel als Mensch nicht wahrnehmen können. Was aber natürlich Teil der Realität ist. Natürlich gibt es Infrarotlicht, auch wenn wir es ohne Hilfsmittel nicht sehen können. Genauso wie es Ultraschall gibt, aber wir ihn ohne Hilfsmittel nicht wahrnehmen können. Also wir können die Natur des Lebens nur verstehen, die Natur der Realität, wenn wir unsere eigenen Filter erkennen, verstehen, durchschauen. Das sind natürlich die Filter unserer Sinnesorgane, aber da ist dann vor allen Dingen der Filter unseres Geistes, unseres Denkens, Fühlens. Also der Filter unserer Kognition. Wir müssen also Metakognition betreiben. Wir müssen über unsere Kognition nachdenken, reflektieren. Wir müssen unsere Kognition untersuchen, um der Natur des Lebens auf die Schliche zu kommen. Nur wenn wir unseren eigenen Geist, unseren eigenen Filter, unsere eigene Kognition verstehen, können wir auch letztendlich genug vom Leben verstehen, um dieses stille, stabile, dauerhafte Glück zu finden. Um das es geht und das wir ja alle wollen. Auch derjenige, der sich sagt, nein, Glück ist nicht mein Ziel, sondern Sinn, Bedeutung, Ehre, Ruhm, was auch immer ist mein Ziel. Auch der tut das ja nur, weil er darin, genau in diesem anderen Wert, in dieser anderen Sache, in diesem anderen Ziel, sein Glück vermutet. Wir müssen uns also die Frage stellen, was ist die Natur meines Geistes? Erst wenn ich diese Frage hinreichend beantwortet habe, kann ich die Natur des Lebens hinreichend verstehen. Was ist die Natur meines Geistes? Wenn ich das verstanden habe und mich dann an Seneca erinnere, der gesagt hat, glücklich ist also dasjenige Leben, das mit seiner Natur ganz im Einklang steht. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Dann kann ich den endlosen letzten Schritt gehen und ein dauerhaft zufriedenes, glückliches Leben leben und nicht mehr aus Mangel handeln, nicht mehr den Dingen hinterherjagen, sondern die Dinge tun, weil ich Freude daran habe. Ich handel dann nicht mehr, um Glück zu erlangen, sondern ich handele aus Glück. Ich handele aus Zufriedenheit, anstatt zu handeln, um zufrieden zu werden. Also, was ist die Natur meines Geistes? Wenn du dir diese Frage stellst, dann solltest du dir vielleicht auch darüber im Klaren sein, dass der Test der Realität immer direkte Erfahrung sein muss. Theorien, Meinungen, Glaube in irgendeiner Form kann sehr, sehr mächtig sein, aber der ultimative Test ist natürlich immer direkte, unmittelbare Erfahrung. Wir können ganz, 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 ganz viele Theorien formulieren und ganz, ganz viel philosophieren, aber es ist immer der Test der Realität, der Test der direkten, unmittelbaren Erfahrung, der dann entweder bestätigt oder widerlegt, was stimmt oder nicht stimmt. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die Natur deines eigenen Geistes selbst zu untersuchen und nicht nur darüber zu lesen oder zu hören oder zu schauen. Natürlich ist es notwendig, darüber zu lesen, zu hören, zu schauen, um überhaupt auf die Idee zu kommen, diese Frage zu stellen und vielleicht auch um Unterstützung auf diesem Weg zu bekommen. Ich persönlich habe das große Glück gehabt, dass ich ich meine im Jahr 2020 zum ersten Mal Videos von Rupert Spira gesehen habe und da habe ich mir zu Beginn gar nicht alles so viel bei gedacht und habe das auch gar nicht systematisch irgendwie verfolgt. Aber das ist ja ganz oft so im Leben, dass sich die Sachen quasi einschleichen oder einfach im Laufe der Zeit so ergeben. Und ich habe jedenfalls durch die Arbeit von Rupert Spira ganz viel gelernt und habe dann auch aufgrund meiner natürlichen Neugier, aufgrund einfach meiner Veranlagung auch immer noch wieder an anderen Quellen sozusagen geforscht und gebuddelt und gelesen und geschaut. Aber ich kann ganz klar sagen, jetzt nach einigen Jahren, nach einigen Jahren Beschäftigung mit dem ganzen Thema Ego, Transzendenz, Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung, dass die Arbeit von Rupert Spira auf mich, also für mich den größten, den größten Gewinn gebracht hat in dieser Thematik, in dieser Sache. In der Erkenntnis der Natur meines eigenen Geistes. Und dementsprechend kann ich natürlich auch nur jedem, der das jetzt hier hört oder sieht, auch nur empfehlen, bei Rupert Spira eben zu hören und zu schauen. Allein der YouTube-Kanal hat eine Goldgrube einfach. Ich denke aber, dass es sinnvoll ist, dass ich halt auch versuche, mit meinen eigenen Worten das zu vermitteln, weil es natürlich bei Rupert Spira alles auf Englisch ist und das für den einen oder anderen halt eine Barriere ist und natürlich auch ein Thema, was ich bei mir selber auch immer und immer wieder festgestellt habe. Man hat einfach nicht zu allen Menschen die gleiche Verbindung. Also natürlich ist es eh schon mal ein Riesenunterschied, ob man eben jemanden persönlich kennt oder nur digital. Aber auch bei denen, die man nur digital kennt, ist es natürlich so, dass der eine, der vielleicht über das genau gleiche Thema spricht wie der andere, trotzdem viel zugänglicher ist. weil wir halt einfach alle individuelle Präferenzen haben und einfach mit dem einen Menschen mehr in Resonanz stehen als mit dem anderen. Was ich von Rupert Spira gelernt habe, ist es so viel, das kann ich natürlich jetzt gar nicht alles in einem Video zum Ausdruck bringen. Ich kann nur noch mal, ich möchte noch mal zurückkehren zu dem, zu diesem Appell, den ich ja auch schon in der einen oder anderen Form ganz, ganz oft gebracht habe, der Appell, selbst den eigenen Geist zu untersuchen. Selbsterkenntnis, das steckt ja schon in dem Wort drin. Wenn du dich selbst erkennen willst, dann musst du dich auch selber untersuchen. Wenn du dich selber erkennen willst, dann musst du dich auch selber angucken. Und unter meinem letzten Video, da hat der Peter ein sehr schönes Kommentar geschrieben, was mich wirklich gefreut hat, weil ich da gemerkt habe, dass bei ihm da wirklich was passiert und genau in die richtige Richtung geht. Und er hat sinngemäß zum Ausdruck gebracht, dass er das Gefühl hat, dass er vor so einem großen Aha-Erlebnis eben steht, vor so einem Durchbruch gewissermaßen. Und dass er aber noch im konzeptuellen Denken sozusagen gefangen ist und das Gefühl hat, er muss da noch ein bisschen was kommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir von Lernen in irgendeiner Form sprechen, dass wir uns selber einfach Zeit geben. Das sind ja mentale Wachstumsprozesse. und die brauchen einfach Zeit. Wenn wir das durch eine materialistische Brille sehen wollen, dann ist das natürlich auch, dass das physische Organgehirn, dass das neue Verbindungen innerlich bildet. Da findet ja organisches Wachstum statt. Wachstum braucht immer Zeit. Ganz egal, ob das jetzt eine Pflanze oder ein Tier oder der Mensch oder eben die Synapsen im Menschen sind, im Gehirn. Wachstum braucht immer Zeit. Und dann haben wir hier aber noch, wenn wir jetzt über diesen Themenkomplex Selbsterkenntnis, Ego-Transzendenz, Erkenntnis der Natur unseres Geistes, wenn wir darüber sprechen, dann muss uns immer klar sein, dass wir hier gewissermaßen per Definition etwas ganz Paradoxes versuchen. Wir wollen gewissermaßen durch geistige Tätigkeit, also durch Denken, durch Kognition, den Denker durchschauen. Den ganzen Prozess der Kognition durchschauen. Das wollen wir aber mittels Kognition machen. Das ist also von Grund auf eine ganz paradoxe Angelegenheit. Die Fähigkeit zur Metakognition ist auch deswegen auch den Menschen auch erst ab einem gewissen Entwicklungsgrad gegeben, sag ich mal. Das ist ja klar, wir alle haben ja durchlaufen ja Wachstumsprozesse und wir können schon, wir lernen das konzeptuelle Denken auf einer, sag ich mal, einfach pragmatischen Ebene natürlich viel früher als wir Metakognition erlernen, also es lernen über unsere eigenen Denkprozesse nachzudenken. Aber selbst die Metakognition, also das Denken übers Denken, ist ja immer noch Denken. Und wenn wir aber das Ego transzendieren wollen, also wenn wir quasi die ultimative Natur unseres Geistes erkennen wollen, die halt eben jenseits dem Denken liegt, sondern also die ja quasi dem Denken den Raum zur Verfügung stellt, die ultimative Natur des Geistes ist natürlich eben nicht ein Gedanke, sondern ist sozusagen die Substanz oder der Raum, das Feld, in dem das Denken stattfindet. Und ich glaube aus diesen Ausführungen der letzten zwei Minuten oder so ist schon klar, was wir hier eigentlich für ein paradoxes Unterfangen betreiben. Dass das hier für ein paradoxes Unternehmen ist. Und deswegen ist es hier doppelt und dreifach wichtig, sich Zeit zu lassen und eben sich da nicht unter Druck zu setzen. Ich glaube, weil Peter auch in seinem Kommentar nach pragmatischen konkreten Anweisungen sozusagen gefragt hat, wie man jetzt wirklich vorgehen kann. Der beste Tipp, den ich dir da geben kann, ist, dich von diesem Gedanken zu lösen und das eher so zu sehen, du gibst deinem Geist, deinem Verstand, ganzen Denkapparat, Fühlapparat, deiner ganzen Kognition, dem gibst du immer wieder zielgerichtet den entsprechenden Input, aber du vertraust darauf, dass deine natürlichen Wachstumskräfte und einfach der Lauf der Dinge immer mehr dich Richtung Ego Transzendenz bringt und immer mehr zur Erkenntnis führt. Stell dir das nicht vor, wie ein zum Beispiel im Kontext von körperlichem Training, wo man vielleicht hat, okay, ich setze mir jetzt einen konkreten Trainingsplan, da beiße ich mich durch, ich streng mich an und als Belohnung für meine Anstrengung habe ich dann den Erfolg. So läuft das hier nicht. So funktioniert das hier nicht. Solange du dich anstrengst, solange du dich auf etwas konzentrierst, solange du dich irgendwie fokussierst, anstrengst, irgendeiner Form, benutzt du deinen Geist und solange du deinen Geist benutzt, kannst du deinem Geist natürlich nicht entkommen. Und deswegen ist es unglaublich hilfreich, sich von diesem ganzen Arbeitsmindset zu lösen. Das hier ist keine Arbeit. Ich weiß, dass es solche Formulierungen gibt, wie spirituelle Arbeit und sowas. Und das ist in manchen Kontexten auch alles sinnvoll. Es gibt auch Tätigkeiten, Prozesse, die man auch sinnvollerweise so bezeichnen kann. Das ist völlig okay, will ich gar nicht schlecht machen. Aber wenn es darum geht, die Natur des eigenen Geistes zu erkennen, das Ego zu transzendieren, dann ist Anstrengung nicht der Weg. Weil wie gesagt, solange du dich anstrengst, benutzt du deinen Geist. Und solange du deinen Geist benutzt, kannst du dem nicht entkommen. Also gleich das ist der Aufschung wieder Paradox. Gleichwohl haben wir natürlich den Wunsch irgendwie was zu tun und irgendwie in die richtige Richtung zu gehen. Und da eben als Zugeständnis an diesen Wunsch deines Verstandes, der jetzt eben sagt, ja, ich will das, aber was kann ich jetzt machen? Als Zugeständnis an diesen Geist, an diesen Verstand, an diesen ja auch völlig gesunden und guten Wunsch, würde ich einfach sagen, ja, regelmäßig entsprechende Inhalte konsumieren. Ganz egal, ob die jetzt bei mir oder bei sonst wem sind oder von was auf den Intuition einfach. Vertraue einfach darauf, dass das im Laufe der Zeit immer weiter eben seine Wirkung entfaltet und ganz spielerisch und im Laufe der Zeit du da immer weitere Fortschritte halt machst. Ich würde halt, Rupert Spyro habe ich ja eben schon empfohlen, ansonsten kann ich noch Francis Lucille empfehlen, aber es gibt natürlich noch viel viel mehr. Das wären aber meine beiden primären Empfehlungen, Francis Lucille und Rupert Spyro, die aber wie gesagt beide halt auf Englisch sind und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche Übersetzungen von gibt, das weiß ich nicht. Okay, damit aber jetzt mal zurück zu dem Appell der direkten Selbstuntersuchung. Da liegt der Hase wirklich im Pfeffer. Und da haben wir wieder dieses Paradox. Wenn ich jetzt einen Appell ausspreche und sage Beschäftige dich mit deinem eigenen Geist, untersuche dich selbst, dann laufen wir sofort wieder Gefahr, wieder quasi uns zu fokussieren, anzustrengend, zu konzentrieren. Und das ist letztendlich nicht der Weg. Aber auch hier wieder als sozusagen liebevolles Zugeständnis an unseren eigenen Geist und an den legitimen und guten Wunsch etwas zu tun, setzt dich einfach regelmäßig mal hin und guck dir einfach mal deine Innenwelt an. guck dir das einfach an, mal fünf Minuten lang, mal 50 Minuten lang, so wie das eben passt und wie du Lust hast. Bitte mach daraus keinen Grind, kein Pflichtprogramm, keine Anstrengung. Mach das nicht mit Disziplin, sondern mach das mit Interesse, mit Neugier, mach das spielerisch. Mach das, wenn du Lust dazu hast und sonst nicht. Aber wie gesagt, als Zugeständnis an den Teil von uns, der was tun will, als liebevolles Zugeständnis, eben, ja, wenn du Lust hast, wenn du den Impuls hast, dann setz dich hin und beobachte einfach deine Erfahrung, dein Leben, dein Sein. Und das kannst du in dem Sinne machen, dass du dich quasi zur Meditation hinsetzt und die Augen schließt. Das kannst du machen, während du spazieren gehst. Das kannst du machen, während du einfach, keine Ahnung, still da sitzt und einen Kaffee trinkst. Das ist alles völlig, also umso sag ich mal mehr Erfahrung du da sammelst und umso mehr diese Kontexte sich sozusagen unterscheiden, umso besser auf lange Sicht. Der entscheidende Punkt ist halt, dir eine Aufmerksamkeit von einer konkreten Sache eben zu lösen und dir deine Erfahrung, dein Erleben, den Fluss, den Lauf der Dinge insgesamt so sein zu lassen, wie er eben ist und dir das insgesamt einfach wirken zu lassen und dann dir die Frage zu stellen immer und immer und immer wieder in was taucht das auf? Die Sinneseindrücke, die ich gerade wahrnehme, was ich alles sehen, hören und riechen kann und auch natürlich meinen Tastsinn, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall hier das Gefühl, auf diesem Stuhl hier zu sitzen oder das Gefühl, meinen Tisch hier anzufassen. Also meine ganzen Sinneseindrücke, alle fünf Sinne, in was tauchen die auf? Jetzt kannst du dich im Sitzen fragen mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen, jetzt kannst du dich beim Spaziergang fragen, das kannst du dich immer fragen, das ist immer wieder untersuchen. Worin tauchen meine Sinneseindrücke auf und woraus bestehen die? Welche Elemente finde ich noch in meiner aktuellen derzeitigen Erfahrung? Was erlebe ich noch gerade? Gedanken und Gefühle wahrscheinlich irgendwas irgendwie die Innenwelt ist immer Außenwelt und Innenwelt Außenwelt also Sinneseindrücke Innenwelt Gedanken und Gefühle In was tritt das auf? In was treten meine Gedanken und Gefühle auf? Woraus bestehen meine Gedanken und Gefühle? Kann ich eine Grenze zwischen meiner Außen- und meiner Innenwelt finden? Kann ich eine Grenze von diesem Raum finden, in dem meine Sinneseindrücke, meine Gedanken und Gefühle auftreten? Das sind solche Fragen, die du dir halt immer und immer wieder in das sind jetzt keine festen Formeln, also die kannst du so formulieren, wie das für dich sich gut anfühlt und mal mehr in die und mal in die andere Richtung gehen, aber das meine ich mit direkter unmittelbarer Selbstuntersuchung. Du stellst dir, wenn du Lust dazu hast, wenn du Zeit und Muße dazu hast, dann stellst du dir solche Fragen. Was nehme ich wahr und woraus besteht das, was ich da wahrnehme? Worin taucht das auf, was ich da wahrnehme? Die Sinneseindrücke, die Gedanken, die Gefühle, die Erinnerungen, die Ideen? Was nehme ich wahr? Worin oder womit nehme ich das wahr und woraus besteht das und wo kommt das her? Und wenn du dich jetzt zum Beispiel fragst, ja, wo kommt das her? Dann kommen vielleicht irgendwelche Gedanken. Man kann es also wieder Gedanken beobachten. Aber wo kommen denn diese Gedanken her? Jetzt bist du im Grunde schon mittendrin. Das ist direkte Selbstuntersuchung quasi, direkte Selbsterforschung. Und diesen Prozess mit spielerischer Leichtigkeit und aus Neugier und Interesse immer wieder mal zu betreiben. Das ist halt sozusagen das Machen, das Tun, was wir hier eben sinnvoll ist, was uns hier weiterbringt in diesem Kontext. Und dann eine ganz entscheidende Frage, das habe ich auch schon viel versucht in Worte zu fassen, kann man auch nicht oft genug machen und ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass das so für viel Verwirrung irgendwie sorgt, aber ich habe auch keine andere, ich habe auch keine bisher bessere Idee irgendwie, wie man das sonst sagen soll. Du musst dich halt , du musst gar nichts, aber du kannst dich immer auch mal wieder fragen, finde ich da irgendwo einen Entscheider, irgendein Ich, ein Ego, was da jetzt sich quasi dazu entscheidet, diesen oder jenen Gedanken zu denken? Ist da irgendwo der Moment, wo du dir deine Gedanken aussuchst? Oder fließt das einfach alles so, wie es fließt? Also findest du, ist irgendwo ein Ego zu finden, irgendein Entscheider, irgendein Denker oder sind da immer nur eben Gedanken, Gefühle, Sinneseindrücke und so weiter? Und das ist halt, du musst das selbst untersuchen, du musst mit deiner Aufmerksamkeit wirklich losmarschieren und gucken quasi, wirklich nachschauen in dir. Aber es sind solche Fragen, das sind solche Fragen, wie eben, was kann ich tatsächlich wahrnehmen? Ja, klar, Sinneseindrücke, okay, Gedanken, Gefühle, okay, woraus besteht das ganze Zeug? Worin taucht das alles auf? Finde ich da irgendeinen Dirigenten, irgendeinen Regisseur, irgendeinen Entscheider, der jetzt irgendwie steuert, was da kommt oder was da nicht kommt? Und dann wird dir halt immer mehr im Laufe der Zeit immer mehr klar, immer deutlicher, je öfter du das halt gemacht hast, dass da halt einfach nur immer dieser fortlaufende Strom von Erfahrung ist, jetzt zum Beispiel jetzt in meinem konkreten Fall während ich hier spreche eben da ist mein Sprechen da sind meine Sinneseindrücke ich sehe hier meine Lampe mein Monitor also ich habe verschiedenste Sinneseindrücke ich kann den grauen Himmel da draußen sehen ich höre halt meine eigene Stimme es fließt einfach das fließt einfach alles die ganze Zeit und wenn ich jetzt nachher zum Beispiel nach meiner Mittagspause nachher werde ich mein Motorrad zu einer Werkstatt fahren meine Harley die kriegt neue Steuerketten Spanner bringe ich da jetzt zur Werkstatt nachhin und dann ist mein Erfahrungsstrom natürlich ein ganz anderer dann werde ich nachher ein bisschen frieren weil es ja sehr kalt ist momentan den Fahrtwind spüren ich werde dann in der Werkstatt mit dem Andreas da mit dem ein bisschen reden und meine Erfahrung ist dann eine Erfahrung und meine Gedanken und mein Sprechen und mein Handeln ist Teil dieses Flusses das wird dir immer mehr klar dass da kein separates Selbst kein Ego kein Entscheider kein Dirigent zu finden ist der das alles steuert es passiert einfach es fließt einfach es ist unser konzeptuales Denken was dann daraus immer wieder rückblickend dann konstruiert ich habe mich dazu entschieden ich habe das und das getan gesagt hatte die und die Idee hab das gemacht hab jenes gemacht das wird dir im Laufe der Zeit immer klarer werden wenn du es öfter mal untersuchst und beobachtest das ist einfach nur auch wieder ein Gedanke der halt kommt beziehungsweise nicht kommt das ist alles einfach nur ein stetiger Fluss von Erfahrung inklusive auch von Ego Gedanken die gehören auch zum Fluss dazu diese Ego Illusion die gehört halt zu diesem Fluss des Lebens dazu und die wird aber dann wenn du diesen diesen Weg gehst diesen Weg der Selbsterkenntnis dann wird das halt zunehmend sozusagen rausgewaschen und der Anteil von so Ego Gedanken wird immer geringer und das ist halt einfach nur schön weil dadurch die ganzen wie soll man sagen unangenehmen Nebeneffekte der Ego Illusion eben auch rausgewaschen werden aus dem System und dieses raus das ist ein raus waschen es ist eben nicht so es macht einmal klick sondern es ist eben wirklich so mit jeder Waschung wird aus deinem ganzen Körpergeist System immer mehr von dem Gefühl ein Ego zu sein ein separates Selbst zu sein getrennt vom Rest der Welt also das Gefühl der Getrenntheit und die ganzen Konsequenzen dieses Gefühls der Getrenntheit das wird immer mehr Waschung für Waschung aus deinem System rausgespült und dann das merkst du auch körperlich also das ist eben das ist nicht nur sozusagen das ist nicht nur ein mentaler Prozess das ist also das hat ganz direkte körperliche Folgen also ganz psychosomatik du weißt ja dass körper und geist sind ja eins deswegen der körper geist das ist diese einheit von körper und geist und natürlich wenn deine ganze psychischen strukturen dein ganzer geist sich verändert und verändert sich natürlich dadurch auch dein körper ganz klar jetzt in meinem konkreten Fall hatte ja früher ganz viele ganz starke rückenprobleme die sind halt also habe ich de facto nicht mehr ich merke da ab und zu noch mal was dass da irgendwie so ein bisschen was so wie so ein erinnerung so guck mal hier ich merke da war mal was so dann spüre ich mein ischias nerv mal noch aber das ist halt nicht mehr das ist halt viel weniger als wenn ich sowas dann noch mal habe und ich merke das dann und ich setze mich dann hin und mache dann vielleicht zum Beispiel wirklich mal eine klassische Meditation oder beruhme mich einfach nur ein bisschen aus quasi lass meinen Geist so ein bisschen zu kommen und so dann geht halt auch diese Spannung wieder weg also ich Plikation immer mehr rausgewaschen wird dann wird auch immer mehr Spannung also Anspannung Verhärtung aus deinem ganzen Körper auch rausgewaschen das heißt du wirst immer ja immer entspannter halt auch im muskulären Sinne halt weil das halt alles eins ist das ist alles eins und das ist das alles eins ist das ist das ist es ist ja die Kernaussage von Non-Dualität von Non-Dualismus oder weiter Vedanta oder eben auch vom tantrischen Pfad oder wie immer wir das nennen wollen ich denke halt immer diese ganzen Worte diese ganzen Begriffe die sind immer Fluch und Segen du musst dem Kind irgendeinen Namen geben aber du wächst damit halt auch immer Assoziationen die dann halt voll irreführend sein können aber das alles eins ist ist halt irgendwann nicht mehr irgendwie das wird halt zunehmend durch diese Erfahrungen im Jetzt dadurch wird dir halt einfach empirisch unmittelbar klar ja es ist alles eins weil es ist du erlebst auch nie was anderes als Einheit du erlebst immer nur Einheit jeder Moment ist doch unteilbar und du lebst immer es ist immer jetzt es ist immer nur dieser Moment was anderes gibt es gar nicht und hast du mal irgendwie versucht einen Moment zu teilen wie soll das gehen du bist dieses jetzt du bist dieses unteilbare sich ewig wandelnde Jetzt was anderes gibt es nicht und das ist halt irgendwann einfach eine Tatsache das ist auch nicht irgendwie dann krass faszinierend total aufregend und dramatisch nein es ist einfach so es ist einfach so und es ist gut so es schön und es ist einfach angenehm und ruhig und ja da ist dann immer noch das drama des lebens aber das drama des lebens fließt halt dadurch fließt halt durch dich durch genau dabei will ich es belassen danke für eure Aufmerksamkeit macht's gut bis bald auch mit